Moin moin meine lieben Freunde herzlich willkommen zurück zum großen qualifien in malaysia aus malaysia wie auch immer und der virus auch wieder da hallöche popöchens alles klar zu dem schönen qualifien das trockene qualifien da kann man sich jährigst aber gut platzieren ja ach nein jetzt habe ich einen red bull vor mir ach es hat ärgerlich nein nein jetzt hat doch nicht alle raus ach da ist noch einer vor und noch einer leute und nein jetzt habe ich diese rexona tüte genau vor mir vom deospray troll die lollipop doch dann lege ich erstmal mini gang ein hier ist mal ein bisschen zeit vertrödeln mit 100 sachen die hergondeln passt schon die reifen sie viel besser als die weißen ja das ist klar so wie du eine sefer die ist so man soll da so ein bisschen über den körper überfahren alles klärchen wie es fängt jetzt schon an zu regnen was soll der kack denn hoffentlich kriegt man noch eine schnelle runde hin er hat doch gesagt das fängt ersatz 20 minuten an zu regnen ja das heißt jetzt jetzt zählt das da ja ja die muss die muss durch nur blöd ist halt eben wenn die strecke jetzt so nass wird dass wir nicht mehr klarkommen mit den roten oh gott oh gott oh gott jetzt wird es eng du hast es gut du bist ja schon auf deiner ja ich bin jetzt gerade erst über start und ziel gefahren deswegen werde ich bisschen probleme kriegen glaube ich das geht jetzt war merkst du es definitiv haben schon lieber wetter gott bleibt noch ein bisschen bei uns ja 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 vorbei vorbei habe ich definitiv vor jeff in den nächsten zwei runden die box zu fahren ach dieser blöde verfickte regen jetzt muss ich mir regenreifen aufziehen lassen scheiße ich habe mich so weggedreht jetzt war vorbei jawohl geht doch na ist das ärgerlich gucken ob ich bei regen auch so zeit so eine zeit noch hinkrieg nicht das gewusst hätte welche im früher rausgefahren hätte ich jetzt das problem nicht box ist stopp 20 minuten alter dieser wetterheit wie heißt das wetter tut uns leid aber diese information können wir die gerade nicht geben ja genau die information kann aber arschloch den roten jetzt kannst du knicken da geht nichts mehr ich war gut da jetzt langsame ziel kommen aber nichts kaputt fahren alles gut ich rutsche jetzt schon alter wie ich mir kacke naja deswegen ich werde mein qualifier mit den intermediates fahren müssen wir haben nur noch benzin für eine runde oh man geh her schöne 20 minuten bis der wetter bricht ja nix ist einfach nicht möglich deswegen ich nehme jetzt sofort die grünen reifen und probier's nimm am besten die blauen dafür sind wir nicht stark genug noch nicht ja das wird auch nicht stärker der regen von daher ist das ärgerlich wenn ich früher rausgefahren werde ich auch noch meine runde zu ende fahren können nix scheiße egal gib mir gib mir gib mir tafel ja wie ja wie ja wie aha hier wissen wir die kurz vor auf dieser höchstgeschwindigkeit runter auf 60 kommen bei der box einfach das ist mir unerklärlich naja das ist heftig so lasst mich raus mit dem gras grün gucken wir dir zu bringen so eine gute zeit wird das mit den dingern jetzt garantiert nicht aber ich brauche eine zeit sonst wird das nix ja so sieht das aus ja 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 wohl liegen ja wohl liegen wenn man doch eben in der zweiten runde geschafft bevor es der regen richtig zugesetzt auf den reifen noch eine zeit zu fahren junge gott sei dank ist manchmal nicht schlecht doch direkt mal so viel raus zu zimmern deswegen du hast richtig glück jetzt dann so dann werden wir mal einfach mal wem schauen wir denn jetzt mal zu leute was meint ihr jo zwei grüne hüten weg und der werlein haben auch schon grün ja das ist leider das problem weil jetzt schon mal was starker regen kommt es soll starker regen kommt es hat mit jeff gerade gesagt wo du gequatscht hast wird so gibt es so keinen stärkeren regen im rennen erst da sehen wir die beiden gerade auf ihren grünen unter mediens da muss einfach zu viel bremsen wie konstant die die kurven nehmen meine fratze alder nicht schlecht und denke ich bin mit einem abschleifstange hinten dran so was haben wir jetzt nachher eine boxgelaste gerade ein blauer man haben wir denn beim kino der reikünder fährt jetzt raum ja und der fettel wurde glaube ich da so wie das aussieht reingeschoben hoffentlich fahren die mir jetzt nicht vor der nase um diesen weiter weg dann geht das noch dann wollen wir doch mal gucken was man hier für regen auf regen für eine zeit fahren kann kack da das war's ich glaube das ist der nächste aus der gerade aus der boxgelaste fährt in der dunklen lackierung ja wie man gesehen hat da dauert die medien so jawohl ist der nächste hast das war's ich glaube die zwei sind die reifen immer wieder anders da kommen jetzt die zwei silberpfeile auch aus der box schön das ist das ärgerlich man kommt einfach an die zeit dann nicht mehr ran so intermediens blauer redbull don pippone camillo della coimba ala faredo schöner trifft schöner trifft nee war kein drift drin video material hier hat man genau gesehen sagt zumindest war keiner einfach nur daher gefahren wenn ich hier driften würde bei regen ich glaube da wäre ich sofort tot da ist auch deine gelistete zeit nähe doch jetzt ja war es schon zweiter da kann zu knicken da brauchst du sofort viel länger naja box und stoppt camillo auf den siebten 149 ja du kriegst du mit regen keine bessere zeit mehr hin das war ich glück gehabt in dem anfang deswegen die alle die alle die vorher auch die anderen die jetzt wo weil ich ja nur siebter bin die anderen die da noch alle zwischen sind die dann alle noch auf trocken durchgekommen vor allem das problem ist ja ich muss ja mit denen angesabberten reifen dann auch noch im rennen anfangen zu fahren das ist das problem was er zwei runden nur runter die hausen trotzdem schon zehn prozent dann knapp man weiß ja dass die ziemlich lange halten die reifen von daher ja die ganz blauen auf jeden fall vielleicht noch welcher glück und es regnet so stark dass man die blauen braucht dann ist es ihr wurscht nach ärgerlich noch 30 sekunden in der session dann schaffe ich sowieso nicht mehr mit in box noch ein bisschen den zettel zu drei zwei eins jawohl das war's okay noch mal drei mit drei minuten ja weil ich nicht in der weil ich nicht in der box drin war oder bin aber das hat sich jetzt gleich erledigt zuschauen okay ich habe der zuschauer back alle schwarz jetzt hat er doch das auch mal guck an ja 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 ich kann ich sagen leute das ist kacke einfach ausblenden ist scheiße sie mal nicht so lange ich lieber so ein bisschen im menü drin damit das nicht ganz trostlos aussieht scheiß wetter kann man nur hoffen dass ich euch da vorne schön eingeben und so viele leute habe ich auf dem siebten platz gott sei nicht vor mir und da muss eine super strategie nachher ich lege zwar drauf ich habe aber nur den sound hier sieht man es alle mit es mit den super weichen gefahren außer ein mit super weichen habe ich noch gecash den stroll alles klar die anderen waren schon alle mit intermediates hier fettel hatte pech hamilton hatte pech reiköhn hatte pech botters hatte auch pech also deswegen sind vorne jetzt nur sage ich mal die die noch glück hatten das sind dann solche wie palmer verstanden wasser eriksen fandoren die sind normalerweise nie vorne kannst du sagen lustig werden virus lassen wir jetzt mal außen vor ja ja toll 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 ganz toll kann ja heiter werden wie da die gischt richtig aufgewirbelt wird und die fahrt sich auch ziemlich genau am arsch lang verstehe ich nicht da sieht man doch nix na egal 20 sekunden noch dann haben wir das lange qualifier durch dass du mal die zeit ansatz mir wird nämlich hier keine laufende zeit angezeigt den sekunden noch wir werden uns ja jetzt merken gut dass das chef unterbrochen wurde ja meine lieben das enttäuschende qualifier ist jetzt vorbei wir sehen uns im rennen wieder bis gleich schau mit v schau mit v